Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verlaufen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verläuft. Verlief. Hat verlaufen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verlaufe. Du verläufst. Er verläuft. Wir verlaufen. Ihr verlauft. Sie verlaufen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verlief. Du verliefst. Er verlief. Wir verliefen. Ihr verliefst. Sie verliefen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verlaufen. Ich habe verlaufen. Ich habe verlaufen. Du hast verlaufen. Er hat verlaufen. Wir haben verlaufen. Sie haben verlaufen. Sie haben verlaufen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verlaufe. Du verliefst. Du verliefst. Er verlaufe. Wir verlaufen. Ihr verlaufen. Sie verlaufen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verlaufen. Du verliefst. Du verliefst. Er verliefst. Wir verliefen. Ihr verliefet. Sie verliefen. Den Schluss macht der Imperativ. Verlaufe du. Verlaufen wir. Verlauft ihr. Verlaufen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verlaufen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Schauen. Bis bald fürs Schauen. Schauen, Grupp. Nach низken. Verlaufen sie. Wenns Chrome ist. Versp 유. Alles läuft. Versp逆 ihr Poole. Verlaufen sie wieder nach oben. Perch 법 Obsscenes machen.